Eine besondere Herausforderung bei Digitalformaten, besonders bei einem digitalen Barcamp, ist ja die Sessionplanung. Wie kann es gelingen, dass dezentral positionierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer zentral für alle sichtbar ihre Themen visualisieren und wie kann man hier Abstimmungsprozesse initiieren? Was wir uns in unserem Barcamp Bildung Digital ausgedacht haben, erkläre ich Ihnen gern in diesem Video. Mein Name ist Tobias Albers-Seinemann. Für die Sessionplanung in unserem Barcamp haben wir uns für den Dienst Miro entschieden. Ein amerikanischer Dienst, DSGVO-konform, Serverstandort in Europa. Und das Wichtigste, Sie müssen sich weder registrieren noch irgendwie anmelden, um dort Ihren Themenvorschlag mit einzutragen. Wenn Sie eine Idee haben, eine Frage, ein Wunsch, ein Thema oder auch einen konkreten Input, stellen Sie dies bitte in der Videokonferenz vor. Sie werden aufgerufen und tragen Sie dann das Thema in das Miro-Board ein. Hierfür erhalten Sie per Chat einen Link, der ist für alle gleich. Und über diesen Link kommen Sie dann in das Board mit rein. Das Begrüßungsfenster Welcome to Miro, das können Sie einfach wegklicken mit Doh Thanks. Und auch dieser blaue Balken hier über mir sagt eigentlich nichts anderes aus, als dass Sie nur als Gast-User dabei sind. Das heißt, lassen Sie sich da bitte nicht verunsichern. Das Board an und für sich ist skalierbar. Das heißt, wenn ich am Mausrad drehe, kann ich rauszoomen, ich kann reinzoomen. Wenn ich mit der Maustaste gedrückt halte, kann ich mich hier drin auch bewegen. Wir haben jetzt hier schon unterschiedliche Karteikarten vorbereitet. Das heißt, Sie können sich eine leere Karteikarte einfach aussuchen. Und Sie sehen schon den Hinweis, wenn ich hier ranzoome, Double Click to Type. Das heißt, wenn Sie sich eine Karte ausgesucht haben, doppelt draufklicken, können Sie hier einfach Ihren Text, Ihr Thema oder Ihr Angebot, Ihre Session eintragen. Darüber hinaus haben Sie aber auch die Möglichkeit, die Vorschläge der anderen zu bewerten. Weil wir wollen ja auch gucken, welche Resonanz haben die einzelnen Beiträge und wie viel Rücklauf ist da überhaupt zu erwarten. Klicken Sie dann einfach auf eine Karte Ihrer Wahl und nutzen Sie dann im Kontextmenü bitte den Button Add Emoji. Das heißt, Sie können dann einfach ein Smiley, ein Emoji hinzufügen. Und anhand der gesammelten Reaktionen haben wir dann im Moderatoren-Team die Möglichkeit zu sehen, welche Angebote hoch oder groß nachgefragt sind und welche eher nicht. Was es uns enorm erleichtert, wenn wir nachher die Zeitmatrix erstellen. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, alle Vorschläge gesammelt sind, wird das Miro-Board erstmal geschlossen, dass kein Schreibzugang mehr drauf ist. Und die Moderatoren werden dann anhand von diesen Vorschlägen und der Rückmeldung eine Zeitmatrix, also einen Zeitplan erstellen, welches Angebot wann wo stattfindet. Dieser Vorgang wird in der Zoom-Konferenz per Bildschirmfreigabe geteilt, sodass Sie zuschauen können und sich auch beteiligen können über Chat oder Mikrofon, sobald es irgendwie zu Ungereimtheiten kommt oder Sie einen Wunsch haben, dass vielleicht etwas noch umgeändert wird. Natürlich, wir können nicht auf alle Wünsche drauf eingehen. Das ist einfach so bei einem Barcamp. Aber wir versuchen, so viele wie möglich auch zu berücksichtigen. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf das nächste Barcamp. Ich freue mich darauf, diese Methode mit Ihnen auszuprobieren. Wünsche Ihnen alles Gute und bis bald. Tschüss.